Hey, äh, nie. Oh, was? Du bist schon auf Sendung. Sagt doch etwas. Entschuldigung. Ja, herzlich willkommen hier bei uns. Wir sind hier vor dem Helen Kirchhoferladen und holen jetzt in diesem Moment eure Uren ab, die ihr gewinnen könnt. Gehen wir schauen. Guten Tag, Radio wäre nice. Ich durfte die grosse Ehre, um die Uren anzuholen, die unsere Uren anzuholen können. Genau, wir haben sie schon bereit gemacht. Was soll die? Was können die Garmin Uren? Die hat im Schrittzähler einen Kalorienverbrauch, zeigt sie an, Schlafanalyse und meldet sie, wenn ihr euch wieder bewegen müsst. Und passt das? Vom Stil her zu Turnschuhen sowie auch zu Heihillen. Ich würde sagen, die nehmen wir mit, oder? Sehr gerne. Einpacken. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Danke. Danke. Ade. Ich habe für euch ein paar Uren, die wir zu uns mitnehmen. Ihr könnt aber einen Gutschein gewinnen, damit ihr selbst selbst auswählen könnt, welche Uhr es dann sein darf. Ja. Ja. Radio Bernays. Radio Bernays.